Der Längste ist auf jeden Fall ein bisschen anders mit Wiesel. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen Nachmittag heute hier in Köln im Rhein-Energie-Stadion zum DfB-Pokalfinale der Frauen des Jahres 2015. Eine Begegnung, die hatten wir in Zukunft bisher noch nicht. In der Obel, guck mal auf den Motor. Sind die da? Ja, ja, ich weiß.